Das hatte ich kaum zu hoffen gewagt. Vielleicht war nach dem Holly-Match ja vor dem Holly-Match, und wir würden uns in der Folge erst mal in Ruhe kennenlernen können. Nichts wünschte ich mir mehr. Kapitel 21 Sarah Während ich mir das Kleid überzog und mich im Bad zurechtmachte, hatte ich tausend Schmetterlinge im Bauch, die wie wild umherflatterten und sich massiv darüber beschwerten, dass es bei dem einen Kuss mit Matt geblieben war. Aber was hätte ich denn tun sollen? Schließlich wollte ich seine Mom nicht gegen mich aufbringen. Nichts, seit ich das Gefühl hatte, dass mit Matt und mir könnte womöglich doch etwas Ernsteres werden. Oder irrte ich mich? War der Blick, den Matt mir gerade noch zugeworfen hatte, nur der Tatsache geschuldet, dass ich nackt vor ihm gestanden hatte? So oder so, er hat dich geküsst, stellte meine innere Stimme fest. Und sie hatte Recht damit. Aber wäre es ohne besagten Moment überhaupt so weit gekommen? Meine Gedanken schwirrten mir wie kleine Lichtblitze durch den Kopf. Nur die erhoffte Erleuchtung wollte mir einfach nicht kommen. Du musst es auf dich zukommen lassen, behauptete meine innere Stimme. Etwas, was ich nur sehr ungern tat, weil ich die Fäden gerne selbst in der Hand hielt. Als ich den Liedstrich an beiden Augen ausgeführt hatte, warf ich nochmal einen letzten Blick auf mein Spiegelbild. Zum Glück hatte ich das elegante Etui-Kleid mitgenommen, das im oberen Bereich mit Spitze gearbeitet worden war. Es wirkte elegant und nicht zu freizügig. Hoffentlich würde das den Anforderungen des heutigen Abends genügen. Du hast nichts anderes dabei, Schätzchen, erinnerte mich meine innere Stimme unnötigerweise. Es klopfte an der Tür. Bist du soweit? fragte Matt nach.